Wahrscheinlich. What? Ein nackter Yogi, schaut ihn euch an! What the fuck? Wee! Was zum... What the hell? Ist das denn bitte? Ähm... Fuck this shit, I'm out! Ja, was zum Teufel, ich bin raus, ich möchte das nicht sehen. Was ist das? Für ein hässliches... Blob... Dingsbums. Ein... Fleischklopst aus menschlichen Teilen. What? Ich bin jetzt ein Teil davon. Alter... Wie hässlich ist das denn bitte? Und was mache ich jetzt damit? Ich denke mal, ich muss ja die Glasscheiben zerstören, würde ich sagen. Aber, ähm... Aber, ähm... Das bringt nichts. Achso. Hallo Leute. Fleischklops ist da. Was zum Teufel... Was zum Teufel. Nichts hält mich auf. Nichts hält mich auf. Was habt ihr davon. Was habt ihr davon. Wenn ihr experimenten, Menschen... Unternehmt. Unternehmt. Kommt schon, nehmt mich hoch. Boah. Alter. Alter. Holy shit. Kommt hier. Delimitiert. Du bist, nehmt. Oh. WTF. Passiert ihr bitte? Ah. Hann. Watt. Watt. Ey, wie die sich abstützend... Oh, wie komme ich jetzt dorthin hoch? Ich brauche den Server. Alter. Wie kann aus diesem Spiel so was werden? WTF wie das ausschaut? Welche kranke Ideen muss man als Spielentwickler haben? Rüber! Hoch! Los! Schaut nicht zu! Ein paar Leute verlieren wir leider Ein paar Leute bringe ich auch um Durch die Wand zum Direktor Hallöchen Sieh an was du hier angestellt hast Alles nur deine Schuld Ich brauch ein Bad Bringt leider nichts mehr Das Blut des Direktors ist an mir Hey? What the fuck? Ich hab keine Ahnung was ich hier mache Los hochnah mit Ihr schafft das! Ja! Weg! Verpisst euch hier Dreckskürtel Okay ich bleib auf das Holzbrett Ich bin nicht euer Fressen Ich bin nicht euer Fressen Die ganzen Leute mich bloß anstammen Hoch damit Was weiter Und durch die Tür Durch die Tür Halt mich Und halt die Leiter hoch Oder auch nicht Hallo Danke fürs Öffnen Prost Geh schon Danke Quetsch dich durch Fast hätte ich dich gehabt Schon wieder ein Bein weniger Sieht so hässlich aus Nice Was glaub ich denn? Keine Ahnung Ich nehm ihn mit Muss ich da jetzt durch? Egal Einfach rein damit Okay ich muss da nicht durch Ich glaub der Klotz Die muss durch Oder muss dort hinein Aus geht's Nichts habe ich euch Ist der da hoch? Scheint wohl so Klang nicht gut Das Teil nehme ich mit Hallo Leute Ich komme um euch zu holen Okay reicht immer noch nicht Ich weiss da nicht warum die mir helfen sollten Eigentlich aber gut Das sieht so hässlich aus Was habt ihr getan? Fleischklops Kommt und holt euch Ich 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 Nice, wieso helfen mir die Leute? No! Die Tür ist nur begrenzt offen. Nimm jetzt diesen Block und schmeiß ihn nochmals dort hoch. So helfen die mir. Ich schick's nicht. Los! Hallöchen! Ich weiß wieso. Sie wollen sich, sie wollen uns bloß anschauen. Miese Menschen. Ganz genau, dass mich das nicht aufhaltet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich verstehe hier einfach alles. Ich weiß nicht. 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 Ich muss... Das ist das Ende. Okay, irgendwie ein bisschen random, aber okay, gut. Das war's dann also mit Inside. Und was lernt hast du das Spiel daraus? Ähm, Menschenexperimente sind nie gut. Das kann man so unterschreiben. Und menschliche Fleischklöpse sowieso nicht. Genau. Ist ein interessantes kleines Indie-Adventure-Game mit einer düsen Geschichte. Hat Spass gemacht. Hat ein paar schwierigere Rätsel dabei, die ich nicht gleich am Anfang gecheckt habe, aber wir haben es geschafft. Wir haben es durchgespielt. Der Danish Film-Institut, die Games. Gut. Ja. Somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Inside. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Spiel. Vielen Dank und haut rein. Tschüss.